Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich habe vor kurzem dieses Grundlagenwerk zum europäischen Feminismus gelesen, nämlich Ein Zimmer für sich alleine von Virginia Woolf. Ich sitze hier gerade natürlich in meinem eigenen Zimmer, übrigens wieder angekleidet natürlich mit meinem linksgrünen Versifften, gar nicht so sehr Versifften, aber mit meinem linksgrünen Weltversteherjäckchen, das in einem letzten Video zu Sarah Wagenknecht einige doch wütende oder herablassende Kommentare provoziert hat. Und daher dachte ich mir, warum nicht wieder? Denn es geht heute wieder um Gesellschaftsrelevantes natürlich. Und das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite, dieses Video ist aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten, im heutigen möchte ich euch sagen, worum es geht in diesem Buch, was mir besonders gut gefallen hat und wo auch vielleicht einige Schwachpunkte liegen. Im zweiten Teil konzentrieren wir uns dann auf Sexualität, auf das Geschlecht, auf das soziale und auf das biologische Geschlecht. Denn darum geht es in diesem Buch von Wolff natürlich auch. Darum geht es auch der Übersetzerin Strubel im Nachwort vor allem. Strubel ist übrigens die letztjährige Preisträgerin des Deutschen Buchpreises. Und natürlich ist auch Kim de Lorizon als nicht-binäre Person der diesjährige oder die diesjährige Gewinner, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Und daher gibt es so viele Bezüge zur Gegenwart. Und vor allem habe ich so viele Fragen, weil ich vermutlich einfach vieles nicht verstehe und weil ich natürlich auch wissen möchte, wie man darüber redet, wo die Grenzen der Urteilsfähigkeit und auch des Besprechens liegen. Und ich möchte natürlich auch über meine Zweifel und über meine Sorgen in der Hinsicht sprechen. Okay, deswegen beginnen wir auch einfach mal. Ich könnte auch ganz klar so beginnen. Wolff hätte den Buchpreis für Kim de Lorizon nicht nur begrüßt, sondern als Bestätigung ihrer These verstanden. Wieso? Das erfahrt ihr jetzt. Sie wurde 1882 geboren und starb 1941, war eine britische Schriftstellerin, aufgewachsen, noch in der viktorianischen Ära, die ja vom britischen Kolonialismus geprägt war. Und in dem zum ersten Mal auch der Gouvernantenberuf für unverheiratete bürgerliche Frauen entstand. Mehr Möglichkeiten gab es eigentlich nicht, um Geld zu verdienen. Und auch dann musste man Glück haben, dass der Ehemann oder der Vater das Geld einem dann auch überließ. Das war eben für die Frauen tatsächlich im 19. Jahrhundert eine ganz entscheidende Frage. Wie kann man sich wirtschaftlich absichern, wenn die eigene Familie nicht kann oder nicht will? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden dann auch die Suffragettenbewegungen. Vor allem unter Emily Pankhurst begann dann der lautstarke, der wütende und hin und wieder auch der bewaffnete Kampf um Frauenrechte und um das Wahlrecht. So hat ja zum Beispiel die Suffragette Edith Garrett ihren Mitstreiterinnen Giojitsu beigebracht, um eben gegen die Polizei vor allem sich auch wehren zu können. Jetzt kommen wir mal zu den Thesen bzw. zu den verschiedenen Handlungspunkten in diesem Buch, das ein Sachbuch ist, aber durchaus romanhafte Elemente trägt. Zum Beispiel eine, ja, Ich-Erzählerin, die auch nicht Virginia Woolf ist, sondern eine mehr oder weniger fiktive Mary, hinter der sich die schottische Königin verbirgt, wie mir Wikipedia verraten hat. Das ist also gleichzeitig auch der Ansatz, für viele Frauen zu schreiben. Ja, denn Mary macht eine Erfahrung. Sie betritt eines Tages eine Rasenfläche an einem College von Oxbridge, wie es immer heißt, natürlich ein Kofferwort aus Oxford und Cambridge. Auch das steht für eine literarisierte Wirklichkeit. Dort wird sie von einem wütenden Mann dann beiseite gescheucht. Was machst du denn hier, eine Frau auf dem Rasen? Das ist für Männer, das ist hier für die Studenten. Und sofort erfährt sie also, was es bedeutet, in einer männerdominierten College-Gesellschaft eine Frau zu sein. Die Ich-Erzählerin wird dann darüber nachdenken, warum denn eigentlich so viele Frauen so viel rechtloser sind, so viel machtloser als die Männer. Und woher es kommt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten noch heute, noch 1929 gibt. Sie erzählt das mal nüchtern, mal wütend, mal mit galgem Humor, und mal mit Selbstironie. Ich würde euch gerne mal kurz eine Stelle vorlesen. Die ist klein und vergnüglich, eine selbstironische Stelle, die uns zeigt, dass sie natürlich sehr analytisch und intelligent schreiben kann, aber immer wieder auch in der Lage ist, sich selbst mal locker flockig zu betrachten. Hier steht, sie grübelt darüber nach, über die Wahrheit der Geschlechter. Denn Wahrheit, Punkt, 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 diese Punkte markieren die Stelle, an der ich auf der Suche nach Wahrheit die Abzweigung nach Farnham verpasste. Und ich lausche tatsächlich am liebsten Menschen, die in der Lage sind, sich selbst auch einfach mal etwas, ja selbstironisch und kritisch zu betrachten, weil ich dann merke, die haben ein ganzheitliches Verständnis von der Welt. Es geht nicht um Schwarz-Weiß-Malerei, Kapitel 2, einfach eine kleine vergnügliche Note, die mir an der Stelle einfach großen Spaß bereitet und mich auch für diese Figur sofort eingenommen hat. Ja, und die Frage ist natürlich, warum kann eine Frau kein Zimmer für sich alleine haben? Kapitel 2, im British Museum findet sie enorm viele Bücher von Männern über Frauen, aber kaum andersherum. Warum ist das so? Und der Irrsinn, den Männer dabei über Frauen verzapfen, ist auch schier grenzenlos. Zum Beispiel, Frauen haben keine Seele, sagt irgendein schreibender und klüglich der Herr labernder Mann. Und der Nächste sagt dann, doch, doch, Frauen haben aber sowas von der Seele, nämlich komplett schwarz, dunkel und teuflisch. Bei dem Irrsinn, den sie also verzapfen, sind sie sich noch nicht mal einig, sie schreiben irgendwas. Und Virginia Woolf prägt dafür auch den bezeichnenden Satz, Frauen sind das am häufigsten diskutierte und analysierte Tier der Welt. Männer schreiben oft zornig, erkennt sie uns. Sie brauchen offenbar Frauen als Spiegel für ihre eigenen heroischen, heldenhaften Taten. Ja, denn Virginia Woolf erkennt durchaus, dass Frauen in Schriften immer wieder vorkommen, allerdings nur als Objekt, als, das hast du toll gemacht, ja, also als Resonanzraum oder eben als Spiegelfläche. Und sie erkennt darin eben das Herrschaftsgehabe von Männern. Jetzt kommt etwas Wirtschaftliches hinzu, nämlich eine Erbschaft. Virginia Woolf oder diese Frau im Text erbt 500 Pfund. Das sind umgerechnet 40.000 Euro, die jährlich ausgezahlt werden. Das ist also doch eine stattliche Summe, die ihr natürlich Freiheit und Ruhe für ihren Geist ermöglicht und ihr dadurch auch die Möglichkeit schafft, schreiben zu können. Sie wünscht sich das jetzt für alle Frauen. Und eine These lautet, ganz entscheidend, absolut wichtig, aus der materiellen Freiheit erwächst die intellektuelle Freiheit. Das sollte man sich auf jeden Fall merken, das ist eine zentrale Botschaft dieses Textes. In der Poesie aller Zeiten ist die Frau reich vorhanden, erkennt sie im dritten Kapitel. In der Geschichte der Menschheit existiert sie allerdings kaum. Wir kennen eine Handvoll oder vielleicht 10, 12, 20 entscheidende wichtige Frauenfiguren gegenüber einfach hunderttausenden Männern. Und woran liegt das? Es fehlen, so sagt Woolf, auch Informationen zum Alltag dieser Frauen. Woolf imaginiert aus diesem Grund das Leben einer fiktiven Schwester von Shakespeare, nämlich Judith, die trotz Genie komplett unfrei wäre, durch die gesellschaftlichen Bande und die auch kaum schreiben könnte, wie es ihr eigentlich von Talent wegen ermöglicht wäre, aber die permanenten, ja, abschätzigen Urteile der Männerwelt würden sie einfach einknicken lassen. Die Gleichgültigkeit von, ja, die manche Männer eben der Welt sozusagen andichten, die fiese Gleichgültigkeit einem Menschen gegenüber, was vielleicht Baudelaire oder Rimbaud oder andere Dichter gesagt haben, die zeigt sich bei Frauen nicht als Gleichgültigkeit. Frauen würden sich freuen, wenn die Welt mal gleichgültig wäre. Nein, das ist eine permanente Feindseligkeit. Auch das ist ein entscheidender Gedanke, glaube ich. Diese coole, lockere, existenzialistische Literatur aus weiblicher Perspektive zu lesen, wäre ein wahrscheinlich augenöffnender Hochgenuss. Und all das erzeugt natürlich auch massive Selbstzweifel in den Frauen. Das ist natürlich eine psychische Belastung, die sich dauerhaft niederschlägt. Auf Seite 70 heißt es dazu, Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe die natürlich noch ein bisschen stärker betont, weil Strube die in meinen Augen falsch übersetzt. Das ist ja grammatisch noch das Mädchen, auch wenn man natürlich einen Punkt setzen kann und dann weitermachen kann mit der weiblichen Form. Aber in einem Satz sollte das schon grammatisch richtig sein. So ist meine Meinung. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann um die Geschichte der vagen weiblichen Spuren in der Literatur ab dem 17. Jahrhundert. Dort gibt es nämlich einzelne Figuren wie Lady Winchelsea, heißt sie genau. Nicht Winchester, sondern Winchelsea, auch Margaret of Newcastle und Aphra Behn werden erwähnt. Aphra Behn, übrigens die erste Berufsautorin. Man lernt hier also auch etwas. Ich kannte keine dieser Frauen. Jane Austen, und jetzt kommt sie auf die Bekannterin zu sprechen, Jane Austen schrieb im stets lauten Wohnzimmer und dennoch, und das findet sie so besonders, ohne Hass auf die Männergesellschaft. Wie mir allerdings aufgefallen ist bei der Lektüre von Jane Austen, gibt es doch eine internalisierte Verachtung gegenüber der eigenen Mutter. Das war mir aufgefallen, dass der Vater einfach immer viel positiver bewertet wird, obwohl die Mutter eigentlich rumrödelt und die ganze Familie zusammenhalten möchte und vom Vater ja auch sträflich im Stich gelassen wird, schreibt die Erzählerinstanz bei Jane Austen da doch sehr respektierlich und herablassend über diese, ja, so emotionale und ein bisschen dumme Mutter, was ich einfach auch sehr unfair fand. Jane Eyre wird auch besprochen von Charlotte Bronte und das erscheint dieser Erzählerinstanz hier als ein wütendes Werk voller Groll, dem auch die Erfahrung fehlt. Wolff bemerkt insgesamt, dass den Autorinnen der Literaturgeschichte vor allem Lebenserfahrung und Welterfahrung fehlte. Sie wirft ihnen das natürlich nicht vor, aber sie konstatiert es, dass man also gewisse Themen auch gar nicht erwarten dürfe, wie man sie bei Schriftstellern findet, die natürlich in der Welt herumreisen konnten und durften. Also es gibt hier immer wieder auch Stilkritik zu einzelnen Autorinnen. Manchmal habe ich diese Stilkritik nicht so ganz verstanden, die war häufig dann wirklich überallermaßen unfair in meinen Augen. Wenn sie zum Beispiel sagt, George Eliot beging Scheußlichkeiten. Einfach dieser Satz ohne Einschränkung, ohne Erläuterung. Also Wolff hat hin und wieder auch obskure biologistische Vorstellungen der Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und da bewegen wir uns jetzt natürlich schon in einem Bereich dieses Buches, der mich dann nicht mehr so restlos überzeugt hat. Hier heißt es auf Seite 111, Die Nerven, die den Geist versorgen, scheinen bei Frauen und Männern verschieden zu sein. Also sie hat dort sicherlich noch einige biologische Vorurteile, die heute, soweit ich weiß, sich einfach wissenschaftlich, naturwissenschaftlich nicht halten lassen. Neurologen gehen ja davon aus, dass das Gehirn eines Neugeborenen gleich verschaltet ist oder dass es dort zumindest keine geschlechtstypischen Unterschiede gibt. Ja, und im nächsten Kapitel geht es jetzt um die heutige Situation. Die ist jetzt im Roman Der Gegenwart 1929 durchaus etwas besser, sprich komplexer geworden. Doch noch immer sind Frauen vor allem in der Beziehung zu Männern wichtig. Erziehung sollte übrigens hier jetzt die Unterschiede stärken, wie Virginia Wolff sagt. Auf Seite 125 kommt ein Satz, der vielleicht heute auch etwas irritiert, in dem sie eben davon spricht, sollte die Erziehung nicht eher die Unterschiede als die Ähnlichkeiten hervorholen und verstärken. Warum sagt sie das? Naja, sie geht davon aus, dass Frauen natürlich eine andere Art der Literatur haben, also natürlich im Sinne ihrer Herleitung, und dass diese weibliche Literatur ja durchaus auch wichtig ist. Das Entscheidende ist jetzt allerdings eine Kombination. Autoren und Autorinnen sollten nämlich beide Seelenteile, weiblich und männlich, in sich vereinen, um perfekt denken und schreiben zu können. Diese androgyne Autoren sind also das Ideal, und daher würde Kim de Lorizon vielleicht genau dem entsprechen, was sich Virginia Wolff vorstellt, wobei ich nicht weiß, ob non-binäre Personen sich vielleicht davon angegriffen fühlen, weil das ja doch eine klar binäre Vorstellung ist, die Virginia Wolff hat. Sie schreibt hier aber hin und wieder in meinen Augen auch ganz großen Mumpitz. Sie schreibt zum Beispiel, Shelley war vielleicht geschlechtslos, ein Dichter, und in unserer Zeit ist Prust vollkommen androgyn, wenn nicht sogar ein wenig zu sehr Frau. Aber dieser Defekt kommt zu selten vor, um sich darüber zu beklagen. Also die weibliche Seite in Prust wird ja ganz offen negativ konnotiert als krankhaft und als etwas Beklagenswertes. Also ich verstehe nicht, warum sie sich da so widerspricht und warum ihr nicht auffällt, wie geprägt sie eben auch ist von diesen ganzen gesellschaftlichen, misogynen Vorstellungen, die sie offenbar natürlich angreift, aber in gewisser Hinsicht auch internalisiert hat. Ja, deswegen bleibt für mich auf jeden Fall die Hauptforderung, dass materielle Bedingungen die intellektuellen Bedingungen beeinflussen. In der Gosse schreibt einfach niemand schön. Fast alle Dichter waren auch aus reichem Elternhaus, sagt sie, Byron, Shelley, Cooleridge oder Browning. Das passt übrigens natürlich auch zu Deutschland. Die meisten Autoren in Deutschland gehörten zur Ehrbarkeit, also zur städtischen Oberschicht. Goethe, Schiller, Herder, Klopstock, Kleist, Heine, Hölderlin und man könnte diese Reihe wahrscheinlich stundenlang fortsetzen. Sie alle stammen vielleicht nicht unbedingt aus reichem, aber immer aus begütertem, aus hochgestelltem Elternhaus und das war in einer noch nicht ganz kapitalistischen Gesellschaft natürlich extrem entscheidend und prägend für die Zukunftschancen. Ja, daher, das Preisgeld zu spenden hilft Frauen vermutlich mehr, als sich die Haare abzurasieren, gerade weil die materiellen Bedingungen natürlich erst die intellektuellen ermöglichen. Die Probleme, die ich mit diesem Buch durchaus hatte, obwohl es ein insgesamt überragendes und extrem wichtiges und toll geschriebenes Buch ist, das ist das Wichtigste für mich, weil sie hier die ganzen Erkenntnisse zusammenfasst, die man auch in Literatur mitbekommt, wenn man zum Beispiel den deutschen Klassiker liest. Gabriele Reuter aus guter Familie, ein sträflich unterschätztes Werk. Hier heißt es nämlich auch mal aus der Sicht einer jungen Frau, die sich freut, dass sie vielleicht zum Geburtstag endlich ein tolles Buch bekommen würde. Aber nein, es geht um Weihnachten. Auf ihrem Weihnachtstisch fand sie ein reizendes Jabot aus rosa Krepp. Sie hatte es einmal in einem Schaufenster bewundert und einen Prachtband mit bunten Bildern. Die Flora von Mitteldeutschland zum Gebrauch für unsere Töchter. Daneben eine geschnitzte Blumenpresse. Siehst du, liebes Kind, sagte ihr Vater freundlich, hier habe ich ein sehr hübsches Werk gefunden. Das passt für dich viel besser als die Bücher, die du da aufgeschrieben hast. Ich blätterte in den Sachen. Sie wollten mir gar nicht für mein Töchterchen gefallen. Hier findest du eine Anweisung, wie man Blumen trocknet. Unangenehm, wirklich. Mir kommt die Kotze, wenn ich das nur lese. Und wenn man sich vorstellt, dass es nicht nur eine fiktive, ausgedachte Situation, sondern Alltag war, dann wird erst so richtig klar, wie wichtig solche Literatur ist. Und natürlich auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, dieses großartige Sachbuch Barbara Beuys, die neuen Frauen, absolut lesenswert. Ja, dennoch gibt es auch ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Und da sind, natürlich schon angesprochen, die Vorurteile über biologische Voraussetzungen. Dass Nervenbahnen bei Männern und Frauen einfach unterschiedlich arbeiten, das ist, denke ich, nicht haltbar. Die Betonung des Aufbrechens alter Rollenmuster ist wichtig, sodass man natürlich anerkennt, es ist ganz gleich, welches Geschlecht du hast. Du kannst alles machen. Du darfst alles tun. Du darfst dich kleiden, wie du willst. Du darfst dich schminken oder nicht schminken. Du darfst sprechen, wie du willst. Du darfst deine Emotionalität selbst wählen und die Themen, die dich interessieren. Allerdings stigmatisiert Wolf gleichzeitig, während sie das sagt, zum Beispiel ja Prost als krankhaft weiblich, Shelly als geschlechtslos. Und das ist in meinen Augen natürlich einfach nicht statthaft. Denn sie meint das ja ganz klar despektierlich, negativ und hat damit ja auch wieder eine Vorstellung von Qualitätskriterien, die an Weiblichkeit und Männlichkeit gebunden sind. Und ihre gewünschte Kombination der Binarität der Geschlechter bleibt unklar. Also wie soll ich denn als Mann, wenn ich männlich geboren werde, die weiblichen Seelenteile übernehmen, damit ich Literatur entweder perfekt schreiben oder verstehen kann. Dazu sagt sie einfach gar nichts. Ja, und die geforderte Erziehung nach starken männlichen oder weiblichen Mustern widerspricht natürlich der Moderne und letztlich auch den eigenen Thesen. Ja, denn sie sagt immer wieder, wir müssen doch beides in uns vereinen, aber es ist ihr offenbar doch wichtig, dass Mädchen weiblich erzogen werden und Jungs männlich. Und dann fragt man sich, wie kann man das zusammenpacken, weil es so viele widersprüchliche Theorien sind. Und ja, abermals fragt man sich dann natürlich, wie man denn jeweils die anderen Seelenteile übernehmen könnte. Vielleicht will sie das auch nicht beantworten. Vielleicht möchte sie im Rahmen übrigens dieser zwei Vorlesungen, die sie hier verschriftlicht hat und veröffentlicht hat, einfach nur gewisse Fragen stellen und gesellschaftliche Bedingungen und historische Bedingungen rekonstruieren, um dann der weiblichen, der wohl mehrheitlich weiblichen Zuhörerschaft, sozusagen auch die Aufgabe mit auf den Weg zu geben, die Zukunft zu formen. Und das ist natürlich sicherlich wichtig und richtig. Deswegen ist das für mich insgesamt ein ganz wunderbares Buch gewesen, das ich sehr gerne gelesen habe, das acht von zehn Punkten erhält. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, in dem wir uns dann nochmal genauer auf, wie gesagt, Sex, Geschlecht, Gender konzentrieren, im Kontext dieses Buches von vor 90 Jahren und natürlich auch im Kontext der Gegenwart. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Werk zu sagen habt. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.